So, dann testen wir gleich mal den Zauberstab. Na, was haben wir hier eigentlich? Das war diese Hilfe, dieser Rater-Such, die ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe. Und probieren wir mal gleich aus. Das ist unser Vater. Hat eben jemand meinen Namen gerufen? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Rater-Such, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seiner Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Kleiner Mann in grün. Oh nein. Der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Ich wollte gerade sagen, so nett zu sprechen ist der auf uns bestimmt nicht. Den haben wir ja letztes Mal ja gut gefoppt. Ne? Also. Aber es scheint wieder Tag zu sein, ne? Die Nacht scheint vorüber zu sein. Ja. Es ist wieder Tag. Und wir könnten jetzt hier eigentlich mal alle Statuen durchgehen, ne? Kleine liegende Statuen. Hier, die ein Gesicht hat. Ein Gesicht hat. Das Ding eigentlich nicht, ne? Oder? 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 Da wäre noch ein... Oh, was denn das? Eine Fuchsstatue? Seit wann steht die denn da? War zu lange noch nicht. Die Mauer? Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Statuen mit Eichel. Mal das Eichelhörnchen befragen. Und dann haben wir da noch eins. Und dann noch eine. Das sagt, das sagt die größte Eichelstatue. Ähm... Ne? 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 Das werden wir, glaube ich, auch brauchen. Das gehen wir so da ran. Du bist lustig, kleiner Junge. Kann ich auch mit der so reden? Ich lachte mal nur. Also nicht. Aber warum steht die denn jetzt da? Kann ich mit der irgendwas machen? Und der kann spielen. Gucken. Quartett? Na gut. Ach, wirklich? Das Spiel beginnt. Okay. Gegnerquartett. Wer ist sie denn? Die hat gleich ein Quartett? Hahaha. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr schön. Ja, sehr gut. Schon wieder ein Quartett. Schon wieder? Mal sehen, welche Karte du da hast. Unser erstes. Die Karte, die hast du bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Schade. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Na warte. Och nee. Ach, zocke. Gegner fragt nach Karte. Ähm, nee, die haben wir nicht. Fast. Karte aufnehmen. Man weiß ja immer nie unbedingt welche Karte die aufgenommen hat. Die hat mich nach der Karte gefragt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die Karte hast du ganz bestimmt. Guck mal einfach mal. Nein. Schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Ähm. Gegner an der Reihe. Jetzt haben wir sie. Gegner fragt nach Karte. Ähm, nee, die haben wir nicht. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Ähm. Du bist an der Reihe. Na, was fragen wir an der? Ähm. Was war das jetzt da, ne? Oder? Die hat sie gefragt, glaube ich, gehabt. Genau, nach der hat sie gefragt. Fangen wir nach der Eins. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Ja, sehr schön. Mal sehen. Dann luxen wir die drei auch noch ab. Denn nach der zwei hat sie uns ja gefragt. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte. Ne, leider nicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Nimm die jetzt jetzt alle weg. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Das hat ziemlich... Was soll denn der Scheiß? Ich hab hier vorhin gefragt nach der Karte. Oder hat sie die noch nicht besessen gehabt? Gegner fragt nach Karte. Ach, Mann. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die hat nach der gefragt. Nach der Eins. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr schön. Hm, okay. Mal sehen, welche Karte du da hast. Dazu hat sie eine von denen nicht die zwei zu gefragt. Wie hast du bestimmt? Nein. Schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Ärgerlich. Jetzt hat sie bestimmt die zwei. Gegner der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Na, ist klar. Diese Karte ist leider futsch. Ach, ärgerlich. Game over. Ja. Der Gegner gewinnt. Mal wieder. War doch klar, dass ich gewinne. Jetzt ist die Statue weg. Na, das scheint dieser Fuchs zu sein, der wenn wir mal spielen immer diese Stimme hat, ne? Ah, das ist aber ein Mädchen und kein Fuchs. Hm. Alles sehr merkwürdig. Und wir haben schon wieder verloren. Wie mag mich dieses Quartet? Jetzt ist das 4 schon wieder hier. Was will denn ihr hier? Bitte. Ein Feind im Federkleid hat eure Rücklagen gefressen. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um eine Lösung für deine Geldprobleme zu finden. Und dann braucht es nur deine Unterschrift. Nur deine Unterschrift. Äh... Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Was will denn der von uns? Das verstehe ich noch nicht unbedingt. Niemand... ...darf... ...man die Kanonen... ...besonders nicht ich. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon 4 gesehen haben. Spannende Musik ... Da flüstert wohl nichts. Da flüstert wohl nichts. Der scheint ja nicht sender zu sein, zumindest uns nicht gegenübergestellt. Hier hat man noch diese... Hier ist die ja schon wieder. Wir reden erst mal mit dem Staat und hier unten. Wir reden erst mal mit dem Staat. Es scheint hier immer noch um diese Diskussion zu gehen, warum das eigentlich Meisewald heißt. Obwohl er auch... Ach, sie schon wieder? Was macht sie denn hier? Hallo! Hallo du! Na? Trägst du wieder Pakete aus? Äh... Nein. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde das viel zu gruselig. Ich muss gerade sagen, soll ich mal auf Nacht schalten? Hm... Ach, wieder verlieren. Na gut. Ja. Wieder verlieren. Nehmt eure Plätze ein. Nehmt eure Plätze ein. Hm... Was haben wir da? Zwei, drei. Dann haben wir eins und drei. Eins und vier. Eins und drei. Drei. Brrrr. Mehr zu bieren können wir uns ja nicht. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ach, verflixt. Die hat sie nicht. Karte aufnehmen. Okay. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Ja, die haben wir leider. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Jetzt fragt sie nach der einzelnen Quartett. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Gegner Quartett. Ja, schön. Gegner fragt nach Karte. Neh. Nächstes Mal. Never ever. Karte aufnehmen. Mh... Du bist an der Reihe. Was können wir das probieren? Und zwar die vier. Die Karte. Die hast du bestimmt. Upgrade. Upgrade? Was? Karte aufnehmen. Was soll denn Upgrade heißen? Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Neh. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Ach, es ist ärgerlich schon wieder. Ähm... Ich weiß, was die wirklich für Karten hat. Geh mal auf die zwei. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Und auf die eins. Ähm... Die Karte. Die hast du bestimmt. Sehr schön. Ach, sehr gut. Sieht schon mal nicht nach wie man hier aus gerade. Mal sehen, welche Karte du da hast. Unentschieden erst mal. Ähm... Fangen wir nach gelb. Irgendwie alles andere außer... Ähm... Die haben wir ja schon erfragt. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ähm... Jetzt mal auf die ein... Ach, die zwei und dann... Die Karte hast du ganz bestimmt. Mal gucken. Hast du sie? Bonus. Bonus? Hä? Karte aufnehmen. Was erzählt die denn da immer? Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Schade. Aha. Wird nicht viel, oder? Gegner fragt nach Karte. Ne, die haben wir nicht. Fast. Karte aufnehmen. Das haben wir nicht. Du bist dann dabei. Ja, aber jetzt äh... Hat die doch eigentlich nichts mehr. Zumindest nicht, was ich hier gebrauchen kann, oder? Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Hat sie sogar. Jetzt kann ich da wieder nach D1 fragen, aber... Mal sehen, welche Karte du da hast. Die hat sie ja vorhin auch schon nicht gehabt. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, verflixt. Ne. Karte aufnehmen. Ah, Quartett. Schon wieder ein Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Hm. Woher wusstest du das nur? Was? Die hatten wir? Gegner fragt nach Karte. Ne, die haben wir aber nicht. Nächstes Mal. Na, was soll ich denn jetzt fragen? Die hat doch nichts mehr, was wir gebrauchen können. Du bist an der Reihe. Ach, das ist ärgerlich. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Ah, hat sie gerade aufgenommen. Sehr schön. Quartett. Ja, aber die Eins hat sie ja nicht. Von dem her. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ja, das war Absicht. Ja, total. Karte aufnehmen. Ach, Shit. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Ja, das war so klar. Quartett. Gegner Quartett. Das war so logisch. Gegner fragt nach Karte. Nö. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Jetzt muss ich ja wieder nach... Gegner Quartett. Ach, komm. Du bist an der Reihe. Das gibt's doch nicht. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte. Wie soll ich denn das jetzt lösen? Karte aufnehmen. Ach, komm. Ja, jetzt macht die ihr viertes Quartett und... Alter, ich bin Game Over. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Game Over. Gegner gewinnen. Gegner gewinnen. War doch klar, dass ich gewinne. Ach, ja. Komm, hier noch eine Runde. Oh, oh. Quartett? Na gut. Da hat sie das Spiel aber grad ein bisschen aufgehangen. Neues Glück. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Na, was soll ich denn die jetzt schon wieder fragen? So bist du dann der Reihe. Brrrr. Zwei. Die Karte. Die hast du bestimmt. Sehr gut. Sehr schön. Mal sehen. Guck mal her. Nehmen wir gleich nochmal die drei und dann gucken. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein. Schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Oh Gott. Ja, jetzt fragt so... Gegner fragt nach Karte. Nehm nur. Die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Fast. Jetzt fragt man ja nach der zwei, denk ich mal. Nehm. Vielleicht schon der erste Spot zusammen. Die Karte. Die hast du bestimmt. Sehr schön. Quartett? Mhhh. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ja, was freu ich denn da jetzt noch? Na, nach der eins. Das. Die Karte. Die hast du bestimmt. Wunderbar. Na, jetzt können wir auch gleich nach der vier fahren. Mal sehen. Die Karte. Die hast du bestimmt. Sehr schön. Quartett. Ach, da hätten wir die drei noch. Mal sehen, welche Karte du da hast. Hau mal nach der drei. Die Karte. Die hast du bestimmt. Na, warte. Schauen wir mal. Karte aufnehmen. Na, jetzt haben wir die einzige. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Ja. Ne, haben wir nicht. Fast. Karte aufnehmen. Drenze voll abschminken. Du bist an der Reihe. Fangen wir mal nach der hier. Mhhh. Drei. Äh. Vier. Die Karte. Die hast du bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Quartett aufnehmen. Ja, jetzt krieg ich die. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Ne. Nö, nö. Fast. Karte aufnehmen. Jetzt frage ich... Ach, nee. Ach, beim Aufnehmen wahrscheinlich. Du bist an der Reihe. Fangen wir mal nachher zwei. Das kommt. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, verflixt. Karte aufnehmen. Quartett. Ich glaube, das spielt mich verarschen. Gitarren. Nö, nö, nö. Gitarren. 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 Nö, nö, nö. Nö, nö. Die Karte aufnehmen. Gitarren. Gitarren. Beim Aufnehmen hast du sie wieder gezogen. Du bist an der Reihe. Du bist an der Reihe. Die hat's so bestimmt nicht, in das kommt Ewigkeiten nicht. Wie hast du bestimmt. Wie hast du bestimmt. Na, warte. Karte aufnehmen. Gitarren. Jetzt fragt sie mich, wo die gleich nach der. Gegner an der Reihe. Nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Jetzt kann ich sie ja danach mal anfragen. Och nee. Jetzt hat die die schon... Die hat so ein Glück, ey. Das ist doch nicht mehr schön. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Mal sehen. Mal gucken, ob sie die letzte Uhr noch hat. Die Karte. Die hast du bestimmt. Ach, sehr schön. Wir wohnen. Ach, eigentlich wollte ich gar nicht gewinnen.